Unsere Cousins aus Köpenick. Ja, für die war es auch wieder ein taffes Spiel. Ja, in Brandenburg war auf jeden Fall ein Waldbrand. Das ist auf jeden Fall, wenn ihr unten ein bisschen reinlest, gerade die Union, also sind gerade im Marianngraben, der tiefste Punkt der Erde. Zehn Niederlagen in Folge, sieben Niederlagen in der Bundesliga. Very tough. Das ist sehr, sehr tough und man gönnt seinen Rivalen ja. Das ist schon hart jetzt, der Geist. Das wird langsam, wird hart, aber ich finde es krass, es wirkt nicht so, als ob Urs Fischer wackelt, irgendwie. Fände ich auch dumm. Also ich finde sowieso, dieses ganze Trainer Entlasse ist gar nicht meins. Mag ich gar nicht. So geht immer viel zu schnell so. Gibt dem ein bisschen Möglichkeit. Klar, natürlich musst du schauen, aber Digga, Urs Fischer hat die so weit hochgebracht. Warum soll er jetzt plötzlich der sein, der schuld ist, dass sie so abstürzen? Es ist halt eine Riesenveränderung, die da im Kader stattgefunden hat. So am Ende verändert Geld ein Klub natürlich, ob du willst oder nicht, ja. Es ist wie, dass sich Leute durch Geld verändern, ob sie wollen oder nicht, ja. Deswegen muss man denen noch Zeit geben, finde ich, es wäre jetzt überhastet, den zu entlassen. Ich finde, mindestens diese Saison sollte man ihm noch geben. Die Möglichkeit haben, die Klasse zu halten, was sowieso immer das Ziel eigentlich von den Unionern war. Die ja eigentlich vorher, das hat der Urs Fischer auch mal gesagt, die haben einfach überperformt. Die haben brutal überperformt. Keiner hat erwartet, dass Union so rasiert in der Liga. Du darfst nicht vergessen, Ewigkeiten in Liga 2 unten und sind dann aufgestiegen und haben so krass performt, dass man jetzt schon im Kopf hat, so, uh, Union kommt. Oh, wir spielen gegen Union. So, krass. Das ist tough, so wird ein toughes Spiel. Normalerweise hätte man gesagt, ah, gegen Aufsteiger, so wie wenn man jetzt gegen Heidenheim spielt. So weißt du, was ich meine. Aber Union hat sich einfach durch die letzten Saisons schon im Kopf so gefestigt, dass sie ja auch Champions League spielen, die jetzt mit einer doppelt- beziehungsweise dreifachbelastung auch kämpfen müssen durch den FB-Pokal nochmal, wo sie jetzt am Wochenende, am Mittwoch oder Dienstag gegen Stuttgart nochmal spielen, morgen sogar. Also das ist alles nicht ohne. Und natürlich, die haben Geld ausgegeben für teure Spieler, die haben bekannte Spieler gekauft und es ist safe nicht alles so einfach, wenn da auch vielleicht ein paar mit ein paar Star-Allüren kommen und sonst was und hast du nicht gesehen. Es ist safe einfacher, mit diesem Kader zu ackern, wo du weißt, so, ich kenn die Jungs, das sind Wadenbeißer, die machen alles. Geld verändert halt einfach auch. Kann man, ist einfach so, kann man als Berliner perfekt nachvollziehen als Heltaner. Wir haben auch viele Moneyhors gehabt, einfach, die viel überbezahlt waren und nix lief. Einen haben wir davon eine Union abgegeben, also ich weiß es nicht. Wir haben zwei abgegeben gleich. Wir haben auf jeden Fall zwei abgegeben. Ja, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, Niklas, der träumt gerade, man sieht mich nicht, wenn ich rede. Ich rede so die ganze Zeit so im Hintergrund. Ähm, no, I'm sorry, I'm sorry. Ich wollte nur, ich wollte nur, ich wollte nur, nein, ich wollte... Star-Learn, Money is changing, baby! Hey, 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 Money is changing. Hey, 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 chill, chill, chill. I'm sorry, I'm sorry. In Geduld. Mein Name ist Saber, aber ich habe keine Geduld, okay? Ähm, nee, was ich sagen wollte, mit Niklas haben wir vorhin die... Mit Niklas haben wir vorhin eine Analyse gemacht. Ich sage, ich weiß, ich weiß, warum Union versagt. Weil deren... Warte, willst du nicht kurz noch Hertha-Trikot anziehen, bevor du das sagst jetzt? Ich brauche auch kein Hertha-Trikot dafür. Ich rede über Hertha jetzt. Ich weiß, warum Union versagt, Digga, seit drei Jahren sind die der Bundesliga. Deren einziges Ziel war es, von Anfang an, die Nummer eins in Berlin zu werden. Jetzt haben sie es. Jetzt wurden sie die Nummer eins. Was? So ist das nämlich. Aber alleine als Berliner Verein der Bundesliga ist, dann ist der Abstieg näher dran, als du dran gehoben kannst, ja? Also... Und deswegen sind sie jetzt schlecht, weil sie die Nummer eins in Berlin sein wollen? Nein, weil deren Ziele weg sind. Die wollten immer nur Nummer eins in Berlin werden. Die wollten Hertha, die wollten über Hertha sein. Jetzt, wo Hertha nicht da ist, landet man dann halt am Ende auf Platz 16, ja? Oder 15, besser gesagt. Sorry. Aber man ist am Abstieg nah dran. Noch ist nicht alle Tage Abend. Ich meine, die haben zwar verkackt, aber ich finde, sie haben jetzt, sie spielen nicht, die Spiele nicht so schlecht, dass man sagt, die müssen sie verlieren. Die spielen die genau gleich, wie vorher auch. Nur davor haben sie die gewonnen. Jetzt verlieren sie die. Die spielen ja... Ja, und dann kommt so ein Fofaner, der gibt keine Hand, weil es sind auch so Star-Allüren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das fand ich gar nicht so schlimm. Ja, aber gehört sich einfach nicht. Gehört sich nicht, aber dann eine Woche... Im Team stehst du gegenseitig in den Rücken, wie die Graugänsen. Ja, aber die machen... Ja, dankeschön, Hansi hat das auch mit den Graugänsen gut geklappt. Ich glaube, das bringt auch dann wieder mehr Unruhe, dass so wie Schalke das Baumgartel Meinung sagt und danach suspendiert wird, danach wird der Trainer gefeuert, danach wird das passieren. Klärt das doch Ganze so intern, redet mit Fofana, ist so ein 20-jähriger, ausgeliehener Spieler von Chelsea, der ist nächstes Jahr eh nicht mehr da. Also ich finde es ein bisschen filmhaft, aber natürlich auch eine Opferaktion von ihm, seinem Trainer nicht die Hand zu geben, Digga. Was denkt jeder, wer er ist so? Das nervt eh so bei Spielern, dass die alle denken, die sind der Grund, warum... Der Trainer weiß doch, was er macht. Der Trainer hat doch... Also dafür ist er doch Trainer. Ist doch sein Job, jetzt einen Spieler runterzunehmen, wenn er denkt, ja okay, jetzt passt es gerade nicht mehr. Und du musst dem Trainer, finde ich, auch genügend Zeit geben einfach, um das ganze Konstrukt zu bauen und zu machen und da gehören auch harte Zeiten dazu. Ich finde sowas wie Christian Streich bei Freiburg 13 Jahre, lass mich lügen, 12 Jahre, finde ich so geil. Ja. Finde ich so geil, durch guten wie in schlechten Zeiten. Ja, 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 ja. Bin ich sehr, sehr großer Fan von. Die sind auch, glaube ich, relativ früh, nachdem Christian Streich übernommen hat, auch abgestiegen. Strach. Strach. Und dann sind die wieder aufgestiegen. Also long-term, manche Teams können das, richtig long-term mit ihren Trainern zu schauen und andere Teams nicht halt, ne. Es gibt ein paar, die halten dann ihren Trainer fest. Ich glaube nicht, dass... Heidenheim ist auch schon sehr lange mit ihrem Trainer am Start. Frank Schmidt kann absteigen. Bin ich mir sicher, der wird trotzdem bleiben. Der hat die übernommen, Digga. Und da waren Spieler, hat er auch im Interview gesagt, nach dem Spiel, hey, das, 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 da waren, die müssen sich auch erst mal dran gewöhnen, jetzt einfach in der ersten, die ganz anderes Niveau. Die haben teilweise früher dritte, vierte Liga gespielt, die Spieler. Und die sind jetzt in der ersten Liga, weil die mit hochgekommen sind auch. Und natürlich musst du den Spielern und dem Verein geben, sich zu entwickeln und standhaft zu bleiben. Und hast du auch so ein Piepsen im Ohr? Oder höre nur ich das? Ne. Ja, okay. Ja, ich habe einen miesen Tinnitus gerade, Alter. Gern mal. Gern mal manchmal. Ne, aber ich fühle, ich fühle, was du sagst. Also im Endeffekt ist das so, es ist geiler immer so long-term, aber du weißt halt dann auch trotzdem nicht so richtig immer, ist der Trainer dann gut? Weil du kannst ja auch an den Trainer zehn Jahre festhalten, der bringt dich am Ende in die vierte Liga. Worst case, ne? Natürlich, klar. Du musst ja schon ein Auge dafür haben. Ob der passt oder nicht. Bei Urs Fischer, der ist ja schon immer humble. Also das ist ja nicht so, dass Urs Fischer weder in irgendeiner Saison gesagt hat, ein anderes Ziel als, wir machen den Klassenhalt. Er hat auch am Anfang der Saison gesagt, ja, wir spielen Champions League, wir freuen uns um unser Leben drauf, aber das erste Ziel werden die 40 Punkte sein, Klassenerhalt so. Deshalb, ja. Aber ey, so ist das. Und so abgefuckt ist dann auch die Bundesliga-Teams, die letztes Jahr krass sind, sind nächstes Jahr teilweise dann auch aus dem Nichts kacke. Und andersrum wie Stuttgart jetzt. Und andersrum genauso. Von Relegation auf einmal in Richtung Platz eins, weil es so gut mit dem Momentum läuft. Aber wie gesagt, bei Union ist das Ding, ist ein Team, was gerne den Gegner machen lässt. Und das kann lange gut funktionieren, aber es kann halt auch irgendwann dazu kommen, dass die Leute so ein bisschen den Dreh raus haben so. Und dann ist es auch nicht mehr dasselbe Team, diese elf Leute, die wirklich sich kaputt machen für den Verein komplett die ganze Zeit. Sondern es sind dann nur noch so sieben oder so. Und dann ist es dann auch schon wieder, wenn bei sieben das Pressing nur klappt und bei anderen vier nicht perfekt, dann schadet das ja auch im Endeffekt dem ganzen Spiel. Yes, das zu unseren Unionern. Mal schauen, wir schauen, wie sich das entwickelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.